Moin, Sehens und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkursgaming und zu GSVV4 mit Kathi. Hallo. Kathi? Kathi? Ja? Bist du? Ich seh dich nicht. Ich seh dich auch nicht. Du bist auch nicht hier. Du bist am anderen Ende. Ich bin hier. Ach du, du bist echt da hinten. Ach nö, oder? Du schaffst das, einfach durch die Mitte durchrennen. Renn gerade auf mich zu. Ich hab auch keine. Du hast keine Munition. Hier hinten ist eine Munitionskiste. Ich muss die wieder nehmen. Ach so, ich hab auch keine. Fällt mir dabei auf. War da hinten die Kiste noch oder sowas? Die hab ich gerade genommen. Ach so, und die Waffen liegen natürlich nicht mehr rum, ne? Genau. Das hat dich später wieder clever gemacht hier. Bei wie viel Munition bist du? 4,67. Was wollte ich dir? War abgeben. Abgeben, ja, aber geht dann. Ich steck mal deine Waffe weg. Nimm mal den Arcon-Bogen in die Hand. Der war gar nicht geladen. Oh mein Gott. Ich kann nur tauschen. Der Arcon-Bogen lädt sich immer, wenn man den... So, ich nehme mal das hier mit. Und dann nehme ich den Dropshot mit gegen den Fetzer. Kannst du damit umgehen? Keine Ahnung, Brems. Oh ne, ich nehme ihn nicht mehr. Ist es. Weil hinter uns geht es bestimmt wieder die Tür zu. Ich kann höchstens meine Arme oben wegschmeißen. Ich hab eben noch einen Schuss. Echt? Ja. Ah. Aber ich mach den Dropshot gar nicht. Ja, ne, dann ist es okay. So, das wird ja immer besser. Noch fehlt Schwarm. Ich bin auf deiner Seite. 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 Zurück in dein Netz. Verstanden. Oh, da ist er schon. Noch ein Zion. Okay, schießt er mir? Ich. Ich habe ihn. Der wackelt da hinten halt rum. Nein, das ist noch mal in Deckung. Ich muss mit Arcon-Bogen draufballern. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. Aber wir haben nur noch ihn, oder? Hm. Aber das ist auch gut. Und erledigt. Und erledigt. Danke für die Granate. War gut. Ich nehme mal die Kiste hier, wenn ich es gehe. Ja, nimm die mal bitte mit. Super. Ich bewahr fast auf null Runde. Ich bin noch bei 3,40. Ich habe jetzt 2,90 mit Kiste. So, mal gucken. Hier in der Mitte scheint es wieder safe zu sein einigermaßen. Hier gibt es noch mal Splittergranaten, wenn du brauchst. Hier rechts, direkt vor diesem Einschlagpunkt. Danke. Oh. Hier liegt noch eine Lancer, bei wie viel bist denn du? Da kommt einer. Ah, sie ist. Erledigt. Und das war der letzte. Dann los. Bei wie viel Lancer mitzum bist denn du? 2,56. Dann nimm ich hier die mit. Wir wollen ja weiter nach oben gehen, passt das schon, oder? Nach oben ist gut. Nach oben ist gut. Und wenn es das letzte ist, das wir tun. Gut, ich bin bei 3,9. Ich nehme die hier mit. Und hier hinter ist eine Kiste, die gehört an dir, würde ich behaupten. Ich bin bei 4,0,8. 5,45. Oh, dann bin ich mir mal. Was ist hier? Ich bin voll. Ich hoffe, ein Scharfschützengewehr. Nö, nix im leeren Raum. Ach, voll. Ja. Genau das, was ich jetzt gebraucht habe. Aber die Ketten hier sind schon cool, oder? Ja. Ah, hier gibt es noch mal Splittergranaten. Jetzt machen sie nichts mehr, wo wir weg sind. Ah, doch. Nur das Geräusch wurde ausgeschaltet. Ah, ich habe irgendjemanden Grunzen hören. Was ist hier hinten? Da hinten geht es weiter. Oh. Nee, lauf ruhig. Ich dachte, bei dir geht es weiter. Nee. Da links über dem Geländer hängt einer. Was haben wir denn? Konnte man das nicht mit Absicht anzeigen lassen? Shift. Shift. Okay, aber es steht auch nicht, was wir da drüben sollen. Da hinten blinkt es um die Ecke. Da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Sieht so aus, als kämen wir wieder raus. Doppelkiste. Kannst du beide schnacken, wenn du machst. Ich bin 45. Ich bin voll. So wird es klappen. Doppelt verriegelt. Das bedeutet zwei Schalter. Zum Glück hat er es erklärt, ne? Ja. Und nicht zum ersten Mal. Ja, bestimmt. Es sieht alles gleich aus hier. Da haben sich die Architekten echt gar keine Mühe gegeben. Nee. Copy and paste. Die armen Arbeiter, ne? Die haben sich hier bestimmt auch alle verlaufen. Das sollte funktionieren. So, das hält. Kacke. Hey, was ist mit der Turbine? Was soll damit sein? Stimmt, wir hängen uns einfach an, ne? Wir fahren mit dir hoch. Wie damals als Kind auf den Windmühlen. Äh, weiß nicht. Hab ich nie gemacht. Pass auf. Okay. Ich mach's dir mal hin vor. Super easy, oder? Siehst du? Ganz einfach! Wir suchen uns einen anderen Weg. Bis bald. Okay. Oh, ist das der Zeitpunkt, an dem Dave stört? Gleich. Das ist komplett irre. Eine interessante Freundin hast du da. Da hab keine andere mehr. Ach nein, wir werden getrennt und ich bin mit Dell alleine. Das stimmt, du bist mit Dell alleine. Zum Glück nicht. Doch, doch. Du bist ganz da drüben. Oh, doch? Hi. Geht schon mal vor, wir kommen nach. Oh. Genau. Ach, nö. So, ich geh ne Etage höher und du so. Ach, du noch mehr solche Treffstofflager? Im Moment gerade nicht. Nein. Gut. Du musst dich doch eigentlich sehen, oder? Ja, ja. Hallo. Hier liegt ne M-Bar rum. Hi. Siehst du mit? Ja, ich seh dich. Hier. Gibt nix rum. Nicht mal Dellisch hier. Nicht mal Dellisch da? Ein Longshot. Ach. Nein. Wirklich? Soll ich sie für dich mitnehmen? Behalt ruhig deinen Arcon oben. Ich hab nur noch einen Schuss. Ja, ach. Keine Ahnung. Ach, zu spät. Ich hab ihr Gegner. Bist du hier oben sind die auch? Ja, ich auch. Gehen wir lange. Legen wir sie um. Genau, legen wir sie um. Dell, wo? Ach, endlich. Oh oh. Was ist das? Ich hab ein Schafkopf oder sowas. Ah ja, ich auch. Hä, ne, ich glaub meiner hat einen Arcon bogen. Ja, der hat einen Arcon bogen. Dann stellen die Arcon. Ja, das hab ich dann auch. Rot? Ne, gezählt. Brauchst du Hilfe auf deiner Seite? Rot. Ja. Ich hatte jetzt grad Zeit gehabt, dir zu helfen. Ich bin zu spät. Ist ja Pech. Also schön, Dad, klettern wir die Leitern hoch. Hast du noch mehr solche Tricks auf Lager? Im Moment gerade nicht. Nein. Gut. Ach, Mist. Hier oben sind die auch. Nicht mehr lange. Legen wir sie um. Das ist jetzt noch nicht fertig. Komm schon, wir sind fast da. Ja, fast ist hier das Stichwort. Verstanden. Wie sieht's bei dir aus? Zwei Leben noch. Brauchst du Hilfe? Ich bin durch auf meiner Seite. Hey, wir brauchen Hilfe. Brauchen wir nicht? Doch, doch. Das seh ich doch. Oh, was war'n das? Ah, ein Krabbel. Ist das ein Termin oder so? Was ist noch ein Termin? Hey, da ist ein Herrscher! Du hast grad gefragt, ob er noch ein Termin oder so hat, weil er in den Krabbeln getrabbelt ist. Ach so. Oh, schau. Oh, schau! Oh, schau! Oh, schau! Oh, schau! Oh, schau! Ich bin gleich mit den Fresnel. Oh! Oh! Ayada! Du bist also ein Aller! Oh Gott, zum Glück! Haha, je größer Sie sind, desto tiefer Feind schieben. Hast du noch eine Longshot oder irgendwas gehabt? Äh, einen Schuss Longshot habe ich noch. Achso, du hast ja die ganze Zeit mit Longshot abgeschossen. Nee, nee, nee. Ich habe hier noch eine Kiste. Ich bin bei 175 Schuss und einen Arcon-Bogen. Hier, ich habe eine Schockgranate hier oben. Ich habe meine gerade weggeworfen, ich habe jetzt zwei Splitter. Und da unten gab es ja noch Longshot, gell? Wo ist denn da unten? Ähm, wenn du die Treppe bei mir hier hinten runter gehst. Achso, hier gibt es auch noch eine Kiste in der Mitte. Bei wie viel Munition bist du? 444. 444, okay. Ich brauche aber... Ah, hier, stimmt. Arcon-Bogen nur hier oder gab es noch einen? Äh, ja, den hier und da hinten bei dem grünen Überrest, da müsste noch einer liegen. Oh, endlich. Wie viele Splitter-Granaten hast du? Drei. Drei, dann gebe ich dir mal eine und nimm dann hier die Schockgranaten mit, oder? Wenn du magst. Ja, ich glaube, das ist sinnvoll. Hier ist Position. Danke. Hast du die Longshot mitgenommen? Ja. Das waren acht Schuss. Ja. Ja. Ist das gut? Ist gut, ja. Das ist die Hälfte. Glaube ich. Oder kann ich 24 davon haben? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ist es gut. So, ich habe meine Lanzermunition voll, zwei Schockgranaten. Meine Lanzer ist noch nicht voll und ich habe vier Granaten. Gehen wir weiter? Ja, meinetwegen wird es sein. Achso, warte. Ich wollte nochmal... Ich bin nicht hier drüben auf meiner Seite. Ich wollte nochmal gucken, ob da noch irgendwas rum darf. Habe ich doch schon. Achso, cool. Na dann, weiter geht's. Guck mal, die ist nicht doppelt verriegelt. Die hat nämlich keine zwei Knöpfe. Du schaffst es nicht alleine. Das ist ein Riesentor. Ja. Ja, kommen wir da hoch. Ja. Rutschen wir da nicht ab? Ja, ich dachte auch, das sieht voll blitzig aus. Das ist wie ein Schleimschlaberrutschen. Schleimschlaberrutschen? Man rutscht auch nicht runter. Das hat schon wieder Bon gemacht. Belangen sie auf die Spitze des Dams. Das hat ein Damm, eine Spitze. Schau sich das einer an. Kein Schwarm. Glaubst du, wir haben die alle ausgemacht? Ich bin mal realistisch und sage, nein, wahrscheinlich nicht. Ich habe eines gelernt. Sie sind nicht weg, nur wenn man sie nicht mehr sieht. Gehen wir einfach weiter nach oben. So ein Damm hat eine Krone, oder? Was hat der? Ich habe keine Ahnung. Da runter. Ich dachte, wir sollen nach oben. Hier haben die nicht mal ein Schild aufgestellt. Achtung, kein Trinkwasser. Das werde ich gleich mal melden. Bei wem? Weiß ich nicht. Bei der Damm-Berade. Ist da was? Nee, gar nichts. Das ist der langweiligste Damm ever. Die haben hier nicht mal Infotafeln. Hand wash. Was? Die haben hier Flyer hängen, wie man sich Hände wascht. Hände wascht. Hand wash. Corona. Tatsächlich. Passt doch. Ja. Das ist ja ein Zufall. Als wenn Hände waschen und irgendwie... Wichtig. Wer wollte ich sagen? Ich sage deutsch. Na endlich. Sieht so aus, als würde die uns bis ganz nach oben bringen. Los. Oh. Geh ruhig vor. Nee, nee. Ich fang dich dann auf, falls du Höhenangst bekommst. Als ob du mich auffangen würdest. Klar. Das ist offensichtlich so langsam, dass ich dich überholt habe. Was ist los? Nicht runter gucken. Siehst du? Werde ich nicht. Ernsthaft, guck nicht runter. Das ist so scheiße. Ich habe dir irgendwie langsam das Gefühl, du willst, dass ich runter gucke. Kommt schon, wir haben fast geschafft. Bei dem wird da oben auf den Damm rumkrabbeln, ne? Gute Idee, würde ich sagen. Hm. Geht so. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Scheiße? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das wäre wohl geklärt. Oh. Scheiß drauf. Wir gehen einfach runter. What? Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Sollen wir auf Hilfe warten? Sie braucht uns jetzt. Nee, wir sprengen alles nur in die Luft. Wenn wir diese Dinger nicht aufhalten, werden alle im Umkreis von 1000 Meilen sterben. Nicht nur deine Mutter. Fast alle, die mir was bedeuten, sind schon tot. Weißt du noch? Ja, natürlich. Voll egoistisch. Ja. Ich glaube nicht, dass ich das sage, aber... Dad, kannst du ihn irgendwie erreichen? Nicht von hier. Glaubst du, es könnte von da aus funktionieren? Das könnte klappen. Dann sollten wir los, bevor die Sturmfond noch schlimmer wird. Den rufen wir da an. Wenn dein Freund uns nicht hilft, gehe ich zurück. Zur Not auch allein. Wenn er uns nicht hilft, dann werden wir mitkommen. Oder Dom? Wer? Der Colonel oder Dominik? Der Colonel sitzt doch im Rollstuhl. Der und? Mr. X sitzt auch im Rollstuhl. Verflucht. Müssen wir jetzt noch vor einem Sturm davonrennen? Mr. X, ich meine, da ist gar nicht. Wenn wir schnell über die Damm kommen, schaffen wir es vor der Sturmfront. Äh. Hä? Nee, nee, nee. Ich bin gerade tot. Fabian? Ja. Okay. Ich bin gerade tot. Das fällt mir gerade echt nicht ein. Oh. Los, wir müssen vorwärts kommen. Okay, hier langs. Das ist mies. Wirklich richtig mies. Luft weiter. Ich nix. Los, wir gehen von Pfeiler zu Pfeiler. Oh. Da sind Drohnen. Da vorne sind wir. Oh. Dann kann es da einer mit dem A-Combogen. Ach, und da ist so ein... Zwei von mir. Zwei? Und beide haben Lillen Gans. Das ist unangenehm. Ich versuch die mal mit dem Scharfschutz in der... Auszunehmen. Ich hab nur fast A-Combogen. Da kommst du auf die ist, kommst du damit nicht da ran. Ah, nicht so um. Nee, das geht nicht. Ich brauche auch zu lang zum Aufladen. Ich brauche auch zu lang zum Aufladen. Ich weiß nicht. Es ist viel zu windig. Hamtion, vorwärts! Deinem Arkenbogen liebt der noch? Naja, doch, auf der Sitz nach links siehst du da, wo es sogar die Leute zufüllen. Ah, jetzt geht's. Oh, mein letzter Schuss. Wir müssen auf den Linken. Oh. Hm, hi. Hi. Leute, wir können die Pfeiler als Deckung nutzen. Ja, lass uns die Pfeiler als Deckung benutzen. Da vorne sind mehr! Ja. Dann los, vorwärts! Dort drüben! Was darfst du? Zwei Pfeiler! Du steh mit dem Arkenbogen erwischt, oder? Aber sowas von. So war. Deckungssfeuer! Er macht sie stärker! Ja, es gibt... Oh, das sind... Da sind noch mehr. Ja, das ist klar. Was ist denn da? Da ist nicht mehr. Ah, ah! Deckungssfeuer! Er macht sie stärker! Deckungssfeuer! 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 Wir müssen weiter, Leute! Deckungssfeuer! 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 Ach, jetzt haben wir zu spät da, diese Barrikade weggeschossen. ! Aber wieder wischt den nicht... Mit dem Aronenbogen? Ja... Da wird der mich auch vom Wind abgelenkt. Deckungssfeuer! Ich war nur noch zu weit weg Oh Das letzte Waffe? Fertig Da hinten, da rennt noch einer rum Da rennt noch einer rechts Da kommen noch mehr Alles alle? Na da kommen noch zwei Ach so ein Glück, drei Elite Drohne Schlimmer Die hocken jetzt da hinten oder irgendwo Ich will auch nicht die erhöhte Stellung hier aufgeben, oder? Die sollen mal vorkommen Kommt schon, stellt euch nichts an Lebt der Linke noch? Ich seh ihn nicht mehr Ich hab auch keine Klingelmeldung bekommen von der Linke Vielleicht kriecht der oder so Hm Verstanden! Eine tote Drohne! Okay, der ist tot Und der links, der hat es gerade weggeweht Das haben wir alle Ich wollte mich hier oben noch umgucken kurz Hier ist eine Baskel rum, wollen wir die mitnehmen Ja, nehm mit, wenn das geht Ich bin bei 139 Ich auch Dann suchen wir mal Munition Ich hab eine Ich hab eine Hier gibt sie wegne Mulcher Los jetzt! Bewegt euch! Ich hab Du, das ist eine kleine Munitionspiste Oder ich Oder ich? Du? Bei wie viel bist du? Ich hab Ich hab Ich nur das hier Okay 303 Ich bin jetzt bei 285 303 Das muss leichten! Hammerburst Hier ist noch Alkornbogen Achso, da hinten auch, ne? Da rechts Ah, 12 Ich glaub ich bin voll Ich muss mal gucken, wo rechts Ach, da hinten Da, wo du warst Nein, ich bin voll Hier ist noch eine Lancer Ich brenne die mal Hier hast du auch noch eine Lancer? Nimm die ruhig Ich hab 3,90 Ich hab glaub ich 3,90 Ich hab glaub ich Das hab ich so benommen Ja, ist gut Was ist da grün in dem Raum schon? Welchen? Hier? Da ist auf jeden Fall nichts Nein So, bevor wir da runter gehen Enden wir erstmal die Folge Wir sind nämlich schon wieder gut in der Zeit Oh, schon! Also für heute war's das Songs und Mädels Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid Macht's Gute, bis dann Ciao! Tschüss!